Du kannst jetzt mit den Anhängern interagieren, um ihre Gedanken zu lesen und zu sehen, wie hungrig, müde oder krank sie sind. Geil! Du hast eine Doktrin verkündet, die der neue Anhänger Aktionen ermöglicht. Bei der Interaktion mit Anhängern, bitte diese Aktion zur Verfügung stellen. Oha! Geil! Ich habe Gedanken gelesen. Ah nein! Falscher Knopf! Falscher Knopf! Zurück! Hallo! Hallo! Ja, hallo! Ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe. Schöne Level Up! Auah! Bist es? Ja! So? Drei Holz zum Reparieren, er leck mich am Arsch. So. Neue Doktrine verkündigen. Schalte die Anhängeraktion am Morden frei, eine einfache Lösung für viele Probleme. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du den Geist des Anhängers auf höhere Ebenen und seine Ausstellung am Morden. Und sie ruhig Angst vor mir haben. Wir predigen eine Runde. Durch die Herzen der Gläubigen, tückische Waffen. Sehr geil. Danke an alle Mann zurück an die Arbeit. Dann werden wir gleich mal wieder was neues bauen. Ach, da ist voll. Opferstatue. Was haben wir da noch? Holzplatz. Steinmine. Missionar. Schicke deine Anhänger auf eine heilige Mission, um neue Anhänger zu rekrutieren und Nahrung, Holz, Stein oder Gold zu sammeln. Oh ja. Das werden wir machen. Okay. Ähm. Opferstatue. Eine Statue, bei der Anhänger zu den Ehren Opfern hinterlassen können. Dämonienbeschwörung. Vogelscheuche. Vogelscheuche. Vogelscheuche klingt gut. So. Alter. 25 Holz für ne Vogelscheuche. 25 Holz für ne Vogelscheuche. 25 Holz für ne Scheiß Vogelscheuche. Ich glaube die Spinne. Alter haben wir schon mal zwei Dekorationen. Mehr kann ich mir noch nicht leisten. Für zu wenig Holz. Das ist unglaublich. So. Wie geht's dir? Ja. Oha, wer kommt denn da? Ja bitte verschwone mich. Ja natürlich. Ach, genau. Ah, nehmen. Neu Zugang. Halt. Dachlos, ich brauche einen Platz zum Schlafen. Ja, den bauen wir dir sofort. Hey, was mit dir? Hoffen gehen, bubele. So, jetzt bauen wir dem noch einen Schlafplatz. Auch da mit hin. So. Dekorationen. Ist das Dekoration? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine Dekoration, oder? Ich bin mir nicht sicher. Der hat Hunger, Junge, alter. Ja, was geht denn mit dir, alter? Da, da. Ey. Arbeiten, komm, hier. Stein sammeln, ab geht's. Er hat alles alleine weggefressen. Das gibt's ja nicht. Ja, mit mir. Er ist ziemlich großer Anführer. Ich bin ewig dankbar. Klingeln, blablab. Geil. So. Fast. So, können wir dich mit der Oma ziehen? Dann gehörst du wieder zu uns. Siehst du, jetzt gehörter wieder zu uns. Jetzt gehst du doch mal was essen, ne? Wow, du hast es geschafft. Wahrlich, du bist ohne Makel. Ich bin dankbar großer Anführer. Hm? Hm. Level ab. Dem habe ich noch keinen Segen gegeben. Was ist mit dir los? Ich wusste, dass du falsch bist. Einsperren. Morgen, morgen bist du wieder gesund. Ja. Passt. Komm, wir müssen erstmal hier arbeiten. Stein, soll mal hinten mal den Stein wegmachen. So, ab geht's. Komm, gehen wir mal arbeiten. Können wir hier noch ein bisschen umackern. Kannst du auch mitmachen. Dann ackern wir hier mal alle ein bisschen rum. Und ja. Dann machst du es für diese Folge. Und dann sehen wir mal, was in der nächsten Folge alles noch so passiert. Weil wir uns wohnen mit dem Scheine ausianschen kann. Okay. Bis zum nächsten Mal.